Oder es? Guck mal, der ist doch drin und ich chill hier draußen. Hallo, Sandra, wie geht es dir? Ich muss ehrlich gesagt erstmal gucken, wo ich hin muss. So, also von dem her. Whee! Verdammt, du hast mich erwischt. Die sind schnell, Mensch, die sind schnell. Hallo, wie geht es dir, mein Lieber? Oh mein Gott, Alter, bring mich nicht so weit nach hinten. Durchgeglitscht, in alles durch. Hier, kannst du dich ablenken. Also, wo muss ich eigentlich hin? Whee! Ich geh einfach hier durch. Wo ist denn hier, bitte? Der Generator. Wir müssen ja Generatoren reparieren. Ich frage mich aber, wo die sind. Hier hat es... Ah, hier ist einer. Aha. Okay, einer haben wir gefunden. Ich will da nämlich nicht zu sehr mit Moondrop rumhängen. Ganz ehrlich. Hallo, kannst du mal durchlernen? Ah, hier hat es noch einer. Hm. Wo muss ich denn hier hin? Es ist überall so Kabelzeug. Zum Glück weiß ich schon, dass ich hier Generatoren reparieren muss. Sonst wäre ich jetzt nicht so schlau, um nachzugucken, was ich machen muss eigentlich. Hi! Okay, wir nehmen unsere Taschenlampe jetzt. Taschenlampe! Hurra! Lol! Muss ich gar nicht gegen Moonshop spielen? Was ist dein Ernst? Es ist ein Bug? Seherhaltskarte schließen. Ja. Halteanweisungskarte schließen. LOL! Was? Oh. Ich dachte schon, ich müsste nicht gegen Moondrop spielen. Leider muss ich gegen Moondrop spielen. Und das bedeutet für uns den Tod, meine Lieben. Den Tod. Wie bekomme ich den, welcher? Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Weißt du das? There must be panic. Ja, keine Angst. Keine Wunder haben wir auch Angst vor dir. Oh, das ist gar nicht so dunkel hier. Dort ist auch noch einer, Violett. Wissen, wo befindet der sich denn? Hallo? Ah, dort oben. Guck den an, der schwebt so durch. Guck den an, der schwebt so durch. Hi, was geht? Hi. Was geht? Kann ich den ablenken? Kann ich den auch so ablenken wie... wie Sundrop? Oder nicht? Ah, anscheinend mit der Taschenlampe. Oh mein Gott, Leute, wünscht mir Glück. Ich muss den kurz ablenken. Die andere Seite geht da jetzt. Ich weiß nicht, wie ich dort durchkomme. Komm hier rüber. Komm hier rüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Oh mein Gott, Alter. Ich habe Angst vor dem. Halte ein Schiss, eh. Ist der? Mundrop macht mir Schiss. Du musst es mir nicht sagen. Oh mein Gott, da ist der Erste. Oh mein Gott, Dankeschön. Da ist er ja. Guck ihn an. Okay, kommt er rein? Kommt er hier rein, oder was? Kann ich wahr sein? Oh mein Gott, da kommt er hier rein. Geh rein, geh rein, Bro. Oh mein Gott, Alter. Kommt er wirklich hier rein? Ist das Zeugs? Ich will ihn weit weg, was gut ist. Du Scheiße. Nein. Als Ablenkung, Ablenkung. Nein. Geh weg. Oh, Alter. Mundrop macht mir Angst. Wo muss ich denn hier hin noch? Das andere Grün ist auch dort. Oh, du machst mir Angst, Alter. So, how's your progress so far? I just did one generator and I'm terrified. Kann ich dort rüber, bitte? Ich versuche es. Nein, ich hab's nicht geschafft. Verdammt. Ah, ah. Ah, ah. Nein. Oh. Oh, der macht mir Angst. Scheiße, der macht mir so Angst, ey. Wo muss ich denn hin, hier? Ich hab Angst, dass der hier reinkommt. Kommt der hier rein? Kommt der hier runter? Ich bin da durch. Kommt mal, er ist da durch. Aber ich bin hier... Ich bin hier durch. Wo bin ich jetzt? Lieg dich. Hier ist der Grüne. Yes. Muss ich hier durchkommen? Hm. Wo muss ich... Wo muss ich das jetzt machen, hier? Hier ist der Grüne. Ja, gut. Aber wie komme ich dort durch? Irgendwo Gelb? Mal guck dir durch. Nicht gut. Scheiße, Mann. Nee, besser nicht, ne? Hier ist noch einer. Drei vor einem Fünf. Hilfe. Nein. Das gefällt mir nicht. Wer ist noch oben? Was? Geh weg, geh weg. Meine Presse. Make a distraction first. Ja, voll. Ich wusste nicht, dass der da rein kann. Hä? Drei vor einem Fünf. Eins weiß ich noch, wo der ist. Guck mal, der ist doch drin und ich chill hier draußen. Wieso bist du rot jetzt? Hallo. Hallo. Wieso ist er rot jetzt? Jawohl. Hallo, guten Tag. Ist er jetzt rot, Mann? Nur weil ich drei geschafft habe? Ist es dein Ernst? Ernst? Ich vergesse immer, wie man Distraction macht. Ich muss auf die andere Seite dort. Wo bin ich? Wo bin ich? Mama! Mama! Hilfe! Oh, nee! Oh, nee! Komm schon! Ablenkung! Nein! Hier rein! Bitte! Bewegt mich! Hat er mich gesehen? Nein, oder? Hat er mich gesehen? Ich schwör, Alter. Du machst mich so zum Affen. Du machst mir so Angst, ey. Wo muss ich hier hin? Geht's hier runter? Nein! Wo ist er? Genau vor mir, oder was? Ich habe total Schiss, Mensch! Nee, Ablenkung! Ich verpasse immer die verfickte Ablenkung! Ich habe so Angst vor dem jetzt! Was willst du? Bro, Alter! Geh weg von mir! Oh mein Gott, wir haben noch einen, ne? Hi, ich bin neu! Schön bist du neu hier! Und herzlich willkommen! Deine Jumpscares, ey! Deine Jumpscares! Ich bin so Angst! Ich bin so Angst! Aber er macht mich fertig! Ja, der macht mich fertig! Open the flash, then! Open the flash, then! I should have opened the flash! That would be proper- Not good! Not good! Not good! Not good! Okay, okay! 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 Du gehst jetzt weg, bitte! Ich darf nicht vergessen, wie man die Struck... Los, 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 los! Okay, okay! Los, los, los! Okay! Ich darf nicht zu schnell sein! Es ist auf der anderen Seite! Es ist auf der anderen Seite! Das heißt, ich muss hier durch! Da unten durch, glaube ich! Nee, ich muss oben durch, ne? Verdammt! Ich muss oben durch! Und da geh weg! Was ist los? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Nein! Hallo? Nein! Was ist das? Hilfe! I have to do it again! Oh, I have to do it again! I have to do it again! Oh, I have to do it again! No! I want so good at it! Oh, God! Wish me luck! Wünsch mir Glück und Überleben! Du bist so schlimm, man! Okay, ich weiß, dass zwei dort sind und drei dort. Obviamente. Okay, okay, ich schaff das schon. Wir schaffen das schon. Das wird schon gut werden. Wir schaffen... Hallo. Guten Tag, Sir. Gibt's Ihnen? Okay, hier haben wir einen gehabt, das weiß ich. Haben wir hier einen gehabt? Er kommt ja nicht rein in den ersten Phasen, also muss ich keine Angst haben zu groß. Ah, fickt durch. Der erste ist an. Der erste ist an. Okay, gut. Okay. Ah, must be punished, you said. Hallo? Wieso kann ich hier nicht weiter? Eingefälligst. Ist okay, keine Angst. Der kann mir ja nicht folgen. He, 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 he. Du, clean up, clean up. He, 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 he. Kannst mir ja nicht folgen, ne? He, he, schon noch scheiße, ne? He, 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 he. Oh, hier ist einer. Sehr geil. Ja, wir haben zwei geschafft. Ja, auf der anderen Seite ist noch einer. Ich weiß jetzt besser Bescheid, wo ich hin muss. Nee, weiß ich immer noch nicht. Hier ist irgendwo ein Grün. Lachst du, Mensch? Ich hab zu lachen. Fuck, Alter. Hier vorm Fünf, Bitch. Jesus fucking Christ. Okay, wir haben noch einen. Haha, hier, bitteschön. Ja, schon noch blöde, ne? Haha, wenn du aufputzen musst. Nje, he, he, he. So, wo ist der letzte? Scheiß letzter Generator hier. Wo ist der andere? Nee, das ist nicht unten. Hey, was ist los? Nein, nicht schon wieder, Mann. Was sollte das? Alter, ist es dein Ernst, Mensch? Kann ich das skippen? Ja, schon noch blöd, ne? Keine Angst. Ich schaff das schon. Also, mein Lieber. Ich muss auf die andere Seite kommen. Guck mal, hier ist er. Haha, er sieht so lustig aus. Ah, ne, ich muss hoch. Okay. Also, den schwierigsten... The fuck ist das hier? Kann ein Kind rausfallen. Ist aber nicht so gut gemacht. Hier ist es unten. Ich muss oben. Alles klar. Ich schaff das schon. Wir schaffen das schon. Ist es hier durch? Ja, es ist hier durch. Sehr geil. Ich bin hier durch. Das ist die falsche Pforte. Hier haben wir den Ersten. Das ist klar. Können wir den Ersten eigentlich auch schon anmachen. Er wird immer böser. Das weiß ich noch. Kein Stress, ne? Ich muss durch den Gelben durch. Hier ist er nicht. Das ist ja nicht. Hier ist niemand. Ich muss nicht klopfen. Hier ist es. Was ist die Frage? What the fuck, Alter? Wo bin ich? Wo bin ich? wo bin ich hin muss? Was zum Heufel. Du kommst nicht hier rein. Das weiß ich. Das war falsche Pforte. Wobala. Da. Ich bin keine Angst hier. Was ist der hier? Nee. Das war nicht der hier. Woher komm ich jetzt? What the fuck, Alter? Ich wollte hier gar nicht durch. Auch an? Oh. Der Blaue hier unten ist noch nicht an. Scheiße. What the fuck, Alter? Zum Glück bin ich nicht rausgegangen. Hier, wo kam ich von oben durch, ne? Ich muss unten durch. Ah, hier ist er. Nice. So. 3 von 5. Los, los. Oh mein Gott. Das war knapp, ne? Ich glaube, auf der anderen Seite haben wir jetzt alles gemacht. 3 von 3. Das heißt, noch auf der linken Seite. Alles gut, mein Lieber. Ich muss nur auf die linke Seite. Los, los. Los. Sehr gut. Ich darf einfach nicht rausgeben. Oh mein Gott. Geh rauf hier. Ich muss noch runter. Und durch muss ich auch noch. Das weiß ich noch. Entschuldigung. Kann ich hier durch? Oh mein Gott. Ich will hier doch nicht durch. Scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Alter. Hat er sich doch versteckt, Mensch? Hä, ist er doch gefangen? Hallo? Er ist doch gefangen, Alter. Warte mal. Hallo? Komm her. Es geht. Ah, guck mal seine Beine an. Ja, ich lache deine Beine geradeaus. Okay, mein Lieber. Gehst du auf die linke Seite, dann kann ich da auf die rechte Seite durchgehen. Ja, das wäre toll. Super, danke. Oh mein Gott, das war zu nah, das war zu nah. Hier. Ja, auch für dich. Noch eins. Das ist unten durch, ne? Ja, hier ist auch einer. Ja, ich ziehe da nicht, aber. Wo ist der andere? Oh, nee. Hä, wo ist der andere? Ist es der einzige auf der Seite? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Und der Falter. Ah, der gelbe fehlt mir noch. Ja! Hurra! Wir haben es geschafft! Ah, danke schön! Oh mein Gott! Danke, Welt! Wie komme ich jetzt wieder hier raus? Ah! Meine Fresse, ey! Holy moly! Ich bin so froh, haben wir was geschafft! Hi! Hi! Blödes Arsch hier! Haha! Jetzt kann ich mich hier mal umgucken. Oh! Was ist er noch hier? Ich höre ihn nicht. Oh! Das sind coole Sachen hier. Ich denke, ich höre ihn die ganze Zeit, aber nein. Ah, wir haben es geschafft! Keine Ahnung, wo er ist, aber das macht mir Angst. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Jetzt coole Sachen. Ey, lass mich hier durch. Ein Kind. Ich darf. Whee! Ah! Spannend! Mal gucken, ob wir hier irgendwas noch finden, weißt du? Nicht, dass wir irgendwie hier nie mehr... Uh! Hier ist eine Treppe. Oh, ein Geschenk! Hahaha! Batterieabgrade für Taschenlampe. Wie cool! War ich hoch? Nee. Das ist kindersicher. Alter, Moondrop hat mir schon mega Schiss gemacht. Ich glaube, das vorhin war so knapp, oder? Uh! War das lustig! Ich hatte so viel Spaß! Du auch! Wo ist er eigentlich hinten, Mensch? Ist er jetzt nicht Moond... Äh, Sun Drop kommt, Mensch? Das war schön hier. Nie wieder komme ich hierher! Bestören as fuck war das. Oh mein Gott, ey. Meine gute Güte. La la la. Darf ich jetzt hier raus? Gänge. Willst du mich verarschen? Gregory, jump in. Ja, ja, bitte, bitte. Na, hoffentlich, Alter. Äh, ich bin ganz normal. Freddy! Ich will mich hier ein bisschen umgucken. Hübsch hier. Oh, guck mal. Was hat's denn hier so? Ich will das aufmachen hier. Ich will das aufmachen hier. Ja, altes Poster. Dankeschön. Ich will hier noch Geschenke gucken, wirst du? Ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder zurückkomme. Und wenn ja, ob das einfach wird. Na, was geht? Tja, es gibt hier nichts mehr Besonderes. Ja, dann gehen wir halt hoch. Wie er gesagt hat. Oder Roxy. Ähm, Monty ist noch hier, Mensch. Am Ende jeder Stunde muss dafür. Bla, bla, bla. Oh, nein. Oh, nein. Können wir bitte Ladestation gehen? Alter. Oh ja, ich konnte einfach durchgehen. Lol. Ah, guck mal, dort ist einer. Wie er schon so rennt so. Ja, das ist meins. Ich bin in ihm drin. Das ist ja lustig. Oh, hallo, runter. Mist. Ich dachte, ich habe Halluzina-Gene oder so genommen, ey. Das war Possession. A fountain is a decorative reservoir, used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No. No, I did not. Ja, das war ich. Oh, es tut mir leid. Ich weiß nicht. Ich wollte nur nett sein. Ja, genau. Das sehen so aus. In fünf Stunden erst. In fünf Stunden erst. Oh, mein Fastwatch. Geht's hier durch? Cool. Drücke und hole Freddy zu Hilfe. Cool. Nice. Finde ich gut. Gehen wir dort erst mal hin mit Freddy. Wo muss ich eigentlich hin, Mensch? So, geht's hier durch? Oh ja, ich kann. Okay. Okay. Geht's hier durch? Ja, geht viel durch. Totally. Die geilste Fahrstuhlmusik ever. Party time with Freddy. Jetzt sind wir her. Okay. Ah, hier durch. Mach mal Platz hier. Ah. Oh! Ich wusste ja, dass er irgendwann kommen wird, aber... Fick dich. Ja, danke. Ich nehme es gerne. Aber fick dich trotzdem. Dankeschön. Das ist jetzt meine Karte. Scheiß, Alter. Freddy, was willst du? Das war nicht lustig. Das war echt lustig. Verdammt. So, wo sind wir hier eigentlich? Ah, wie cool. Oh. Sieht schon sehr interessant aus hier. Was ist denn das dort? Mega. Ich hätte gewünscht, dass mein Enkel hier auch drin ist. Monty Golf. Wie cool. Ich mag Golf. Ich schwöre, die machen mich total fertig hier. Dort hast du eine Ladestation auch für, ähm... Cool. Aber da kommen wir noch nicht hin. Erstmal speichern, bitte. Meine Frösse. Nachdem es... Nachdem es einfach irgendwie dreimal gecrashed ist... Wo ist denn... Na, was machst du denn dort? Komm hier rüber, Mensch. Hier, bitte. Er kommt hier nicht rüber. Ja, okay. Dann, äh... Chill ich es erstmal hier drin, ne? Mach mal auf. So. Make a photo. Okay, okay. Meine Lieben, das nächste Mal machen wir weiter bei Five Nights at Freddy's. Ich muss schon sagen, es war schon heavy. Vor allem auch halt einfach, weil wir, ähm... Dreimal bei beiden Kinderbetreuung sein mussten. Das war einfach... Das war Pain, Mann. Boo. Was war nicht weird.